Gude Südhessen wird präsentiert von odenwaldmobil.de, dem Mobilitätsportal für den Odenwaldkreis. Immer mobil, sieben Tage die Woche zu fast jeder Uhrzeit. Alles Wichtige auf odenwaldmobil.de Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 2. September. Heiße Tage sorgen für mehr Fluglärm, wo gibt es im Kreis Bergstraße kostenlos etwas zu trinken und Griesheim bekommt eine 4. Grundschule. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Wie sich der heiße Sommer auf Fluglärm auswirkt, bekommt derzeit nicht nur Seeheim-Jugendheim zu spüren. Wie berichtet, ist die Kommune besonders davon betroffen, dass Maschinen aus Frankfurt an heißen Tagen eine Abflugroute nutzen, die direkt über Seeheim führt. Insbesondere große und schwere Maschinen überfliegen seit Monaten vermehrt Gebiete im Landkreis, die bislang weniger mit Fluglärm zu tun hatten. Auch in Griesheim und Funkstadt macht sich die Veränderung am Himmel bemerkbar. Wo es im Vergleich zu Städten wie Weiterstadt bislang eher leise war, herrscht nun mehr Flugbetrieb. Ein Sommerphänomen, wie es von der deutschen Flugsicherung vor wenigen Wochen dazu hieß. Sommer gibt es jedes Jahr, aber extrem heiße Sommer verändern nicht nur die Vegetation am Boden, sondern auch die Luft. Deren Dichte ist bei hohen Temperaturen niedriger und ermöglicht ein deutlich schlechteres Steigverhalten von Flugzeugen als dies im Winter der Fall ist, heißt es von der Flugsicherung. Trotz der vermehrten Flieger am Himmel sieht die Gemeinde Seeheim-Jugendheim derzeit keine Notwendigkeit, in Sachen Flugverkehr aktiv zu werden. Seeheim spricht von einer Ausnahmeregelung, die nicht mit der Fluglärmbelastung von Kommunen wie Weiterstadt und Raunheim zu vergleichen sei. Hitze und Trockenheit haben in den vergangenen Wochen und Monaten für manche Schlagzeile gesorgt. Die Ernte leidet, die Waldbrandgefahr steigt, in Krankenhäusern gibt es wegen der Hitze mehr Patienten. Besonders für Personen, die sich wegen ihres Berufs oder auch im Alltag im Freien aufhalten, wird das Trinken und die Verfügbarkeit von Wasser oder anderen Getränken immer wichtiger. Ein Gesetzentwurf auf Bundesebene könnte künftig für einfache Lösungen sorgen und kostenloses Trinkwasser in den Städten garantieren. Im Kreis Bergstraße gibt es bereits einige Möglichkeiten. Im Bürgerbüro der Kreisverwaltung und in der Zulassungsstelle gibt es einerseits Getränkeautomaten, an denen sich die Bürger etwas kaufen können. Doch auch Leitungswasser steht hier zur Verfügung, erklärt Kreissprecherin Cornelia von Poser auf Anfrage. Für die Verbesserung der Trinkwasserversorgung in den Städten und Gemeinden sind diese jedoch auch selbst zuständig, so von Poser. In Bensheim, der größten Stadt des Landkreises, gibt es beispielsweise in der unteren Fußgängerzone einen Trinkwasserspender. Außerdem kann kostenlos auf die Wasserversorgung in den öffentlichen Toiletten zurückgegriffen werden. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass allen Bürgerinnen und Bürgern im öffentlichen Raum der Zugang zu qualitativ hochwertigem Trinkwasser ermöglicht wird. Dann soll die Bereitstellung von Leitungswasser durch Trinkwasserbrunnen an öffentlichen Orten zur Daseinsvorsorge gehören. Kommunen sollen somit künftig Trinkwasserbrunnen beispielsweise in Parks, Fußgängerzonen und in Einkaufspassagen aufstellen, sofern dies technisch machbar ist und dem lokalen Bedarf entspricht, so die Mitteilung des Bundeskabinetts. Dem Entwurf muss noch der Bundesrat zustimmen. Griesheim wächst Die Bevölkerungszahl der Stadt wird Prognosen zufolge weiter steigen und damit auch der Anteil an schulpflichtigen Kindern. Vor allem im Süden der Stadt, in dem neue Wohngebiete schon entstehen oder noch geplant sind. Der Landkreis und die Stadt gaben jetzt bekannt, am Südring wird eine neue Grundschule gebaut. Und die Feuerwehr könnte damit in das als ursprünglichen Schulstandort vorgesehene Gelände der ehemaligen Firma Holzmüller am Nordring ziehen und sich damit vergrößern. Der Landkreis beabsichtigt deshalb, zwei bislang landwirtschaftlich genutzte Teilgrundstücke im Süden Griesheims, zwischen Spargelhof Münich und der Grillhütte Süd, zu erwerben, um dort eine vierte Grundschule für die Stadt zu errichten. Auf dem insgesamt rund 25.300 Quadratmeter großen Areal sichert sich der Kreis über die strategisch und perspektivisch Flächen für die Entwicklung weiterführender Schulen. Wir wollen die neue Grundschule so schnell wie möglich installieren, verspricht der erste Kreisbeigeordnete und Schuldezernent des Landkreises, Lutz Köhler. Mit der Errichtung einer vierzügigen inklusiven Ganztagsgrundschule für bis zu 400 Schülerinnen und Schüler würden, die Probleme im Primarstufenbereich dauerhaft in angemessener Größe gelöst. Köhler hofft auf einen Start im Schuljahr 2006 und 2027. Die Schule sei bereits vom hessischen Kultusministerium genehmigt. Es ist geschafft. Das sommerliche Fußballtransferfenster ist geschlossen, zumindest in den wichtigsten europäischen Fußballländern. Die Zeit der ausufernden Spekulationen, Gerüchte und Erfindungen ist vorbei. Eintracht Frankfurt hat keinen neuen Abwehrspieler mehr verpflichtet. 23 Feldspieler und drei Torhüter stehen nun im Aufgebot. Das Wichtigste für Trainer Oliver Glasner, die allermeisten Gerüchte um Abgänge wichtiger Spieler sind geplatzt wie Seifenblasen. Mit Ausnahme von Philipp Kostic, der zu Juventus Turin gewechselt ist, sind alle anderen Stars geblieben. Kevin Trapp ist beispielsweise nicht zu Manchester United gegangen. Der Frankfurter Trainer war vor dem Heimspiel am Samstag gegen Leipzig geradezu erleichtert, dass nun endlich Planungssicherheit herrscht. Keine Fragen mehr nach Neuzugängen, keine Fragen mehr nach Abgängen, eine Erleichterung für alle. Der Sportchef fordert, die großen europäischen Länder müssten einen Weg finden, dass das Transferfenster schließt, bevor der erste Spieltag startet. Mit drei Heimspielen in sieben Tagen haben die Frankfurter gleich die Chance, gute Grundlagen in den zwei wichtigsten Wettbewerben zu legen. In der Liga geht es gegen Leipzig am Samstag und eine Woche später gegen den VfL Wolfsburg, dazwischen liegt die Champions-League-Premiere gegen Lissabon. Von Spiel zu Spiel sei die Frage, sind wir risikoscheu und machen den Laden dicht oder spielen wir wilde Sau, wie in Bremen? Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de Gude Südhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vrm.de Redaktion und Produktion, die